warte hier ist was tradition paper ja bei mir nicht du musst mir das geben gibt es mir ja wie weil ich hier durch ja ja doch du musst hier geht drauf auf deinen blog auf dein blog ne warte hey okay geh du mal drauf geh du mal drauf ja doch ich weiß wie ich weiß wie du musst drauf das dadurch schmeißen durch schmeißen ja dann runterkommen bei mir hoch machen dass ich das paper krieg ja und dann dann nehme ich das paper legt es auf meine druckplatte halt warte es muss mich noch hoch lassen so mein gott hey dann hätte ich das kleid drauf lassen können bei mir nein weil du kannst steinplatten nicht mit einem paper unterdrücken ach so weil es meint sich ein stein nach so ok 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 level 40 war die rechts war bei dir geht es runter bei mir ja ja du musst da drauf dass ich der rückweg falls wir runterfallen ach so ok war die hänge noch mal drauf gehen noch mal runter ich bin drauf gehen noch mal runter okay genau drauf aber warte ich schau was ja für mich ja nur das hintere das zweite ja ich muss okay warte jetzt gehe ich mal warte ich gehe mal drauf so da geht bei dir auch das hintere hoch werhma stein ich die warte Frame anrufen ich ziemlich danach drauf werde ganz hinten ist auch noch eine öffnung warder war der war der er hat dann stieg für dich wollte lasst mich gesehen rüber ok bald bei mir pathogen beide von dir ok jetzt muss ich wahrscheinlich hier hin Oder? Oh shit. Das war grad. Das war grad. Leckt das bei dir oder was? So, warte. Jetzt muss ich hier drauf. Du musst eins zurück. Ich muss eins zurück. Leckt das bei dir oder? Nein, ich war grad einfach zu inkompetent. Inkompetent. Ah, jawohl. Sehr gut. Und jetzt wieder gleichzeitig den Knopf. Jawohl. So sieht's aus. Wann sind wir so richtig? Level 5. Oh Gott, was ist denn das hier? Warte, Fackel? Warte, bei mir brennen die zwei Äußeren. Die zwei Äußeren? Ja. Ja, bei mir brennt die hier. Nur die da? Ja. Okay, dann pass mal auf. Geh ich jetzt bei dir die da an? Die links neben dir? Ja. Okay, und ich jetzt... Sind jetzt alle an? Sekunde. Ja. Okay, dann mach bei mir mal die zwei Mittleren. Die zwei Mittleren! Das waren die zwei Mittleren. Nein! Achso, da ist noch mein Knopf. Sehe ich grad. Jawohl. Oh! Wie nieder Dispenser hier? Hä, wie nieder Dispenser hier? Ich hab ein Paper. Ich hab ein Paper. Okay, Activate Dispenser. Warte, ich kann... Warte, hä? Hier ist ne Leiter nach oben. Ich seh's. Geh da mal drauf. Warte, was passiert, wenn du da drauf gehst? Auf die Druckplatten. Okay, da geht das. Und was ist bei dem anderen? Ach, du musst da hoch und irgendwas holen. Go, go. Ja, wie soll das gehen? Du musst jetzt ganz schnell da rüber. Guck mal, das geht weg. Toll. Ach, du Scheiße. Okay, warte. Go, go. Jawohl, ich hab's. Ja, okay, gut. Ja, und jetzt? Okay, warte, hier oben. Steht Ruhe mit noch nem Paper. Huh? Soll ich runterkommen, oder? Äh, ich weiß nicht. Warte mal. Äh, ja. Äh, jetzt geh ich vielleicht noch hoch. Warte, hier geht's noch hoch. Hier geht's noch hoch. Oh, lol, du musst mir die zwei Paper geben. Ja, hier, ich hab, ich... Zwei, brauchst du zwei? Ja, ja. Okay, hier oben ist der Dispenser. Schon was rausgekommen? Weiß ich nicht, drück nochmal. Hast du da reingelegt? Ja. Hey, warte. Ja, da sind zwei Paper drin. Drück nochmal. Der aktiviert sich hier aber auch nicht. Hast du noch irgendwas anderes? Äh, hast du ne Druckplatte bei dir? Ne, gar nix. Ich hab nur hier so nen Stein, der noch nach oben geht. Ja, bei mir auch. Tu das mal vielleicht ins erste rein. Was passiert denn, wenn du da auf den Knopf drückst? Nix, da steht nur das... Äh, activate Dispenser. Weil da sind... Da sind zwei Paper drin. Tu die mal ins erste. Hab ich. Und ins mittlere? Das passiert nix. Da müsste ja auch das Geräusch kommen von dem Dispenser. Da kommt aber kein Geräusch. Wurste vielleicht doch was bei dir machen. Hä, was denn? Warte, versuchen auf die Druckplatte zu stehen und dann auf den Knopf zu drücken. Das war zu langsam. Okay. Okay, lass mich nur noch mal springen. Okay. Na, warte. Go, go. Ja, okay, zu langsam. Okay, warte. Okay. Oh shit, ich war, ich war... Ich bin am Zaunhänger blieb. Okay, ich bin... Ich bin nicht drauf. Bist du drauf? Ja. Go. Die Leute, Alter, wie schnell geht der rein? Der ging vorhin nicht so schnell rein. Man. Ich hab auch Schalt Springer. Alter. Äh, packst es nicht. Ja, jetzt. Coco. Okay, ich hab's, warte. Ich geh nochmal hoch. Nee, hier ist auch, hier ist auch nix. Gibt's vielleicht irgendwo ne Öffnung, wo du immer das durchkacken musst? Weil hier sind zwei Platten und die muss ich... Ist da oben noch irgendwas anderes? Wartei. Null. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab die zwei Fackeln, die da oben waren, abgebaut. Hä? Wie? Und auf die Druckplatten gelegt. Ja. Wenn's nicht funktioniert mit dem Dispenser. Wir sind so schlecht, ganz ehrlich. Ja, aber ich hör da kein Geräusch, weißt? Ich auch nicht. Naja. Okay. Scheiß drauf. Okay, warte. Was steht bei dir? Was ist bei dir? Next Color. Hey, next... Warte. Was steht hier? Color Code. Okay, mach mal. Rot. Ja, Lea, lass... Äh, sag mal. Rot. Ja. Waja, ich muss Next Color machen. Äh, nix. Äh, wieder nix. Warte. Könnte sein, dass wir vielleicht die falsche Minecraft-Version haben. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich... Weil ich denke, dass da irgendein Farbcode sein muss. Aber da ist die ganze Zeit nur ein Eisenblock. Lol. Ich werde jetzt was aufgegangen. Nee. Okay, es hat auf jeden Fall mit Rot begonnen. Mach mal Rot. Irgendwie. Okay, warte mal. Das kann nicht sein. Also ich glaube, dass es daran liegt, dass wir eine andere Minecraft-Version haben. Das wäre Asi. Geh mal nochmal auf Change Color. Ja, muss Tür aufmachen. Achso. Äh. Okay, pass auf. Ich muss da raus. Okay, Brot, drück mal. Der verschiebt da gar nichts. Das kann sie austauschen. zweimal. Jetzt donne ich uns. thực liegt erauer.